Okay, welche Kameramarke ist für euch besser geeignet? Sony oder Canon? Das ist eine Frage, die mich vor einiger Zeit auf jeden Fall selber sehr beschäftigt hat und das ist der einfachste Weg, wie ich es heute erklären würde. Wenn ihr so wie ich hier sehr viel am Film seid und gerne vor der Kamera sitzt und Videos aufnehmt, würde ich euch auf jeden Fall eine Sony Kamera empfehlen. Die sind von den Specs her meist mehr Richtung Videografie ausgelegt. Wenn ihr aber im Gegensatz mehr am Fotografieren seid, würde ich euch auf jeden Fall eine Canon Kamera empfehlen. Die haben meistens bessere Farben bzw. die Bilder sehen einfach ein bisschen harmonischer von den Farben her aus. Außerdem sind die Fotografie Specs einfach ein bisschen interessanter. Wenn ich euch jetzt noch von jedem Hersteller eine Kamera empfehlen würde, wäre es auf der einen Seite die Sony A7 Mark III. Das ist eine absolut gute Hybridkamera, mit der ihr sowohl Film als auch fotografieren könnt. Und bei Canon wäre es eine 6D Mark II, da sie einfach von den Kameraspecs bzw. von den Fotografie Specs immer noch up to date ist und auf jeden Fall auf dem heutigen Level. So, und wenn ihr keine weiteren Videos mehr in die Richtung verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, guckt bei Instagram, YouTube usw. vorbei und folgt uns.